Tom, die Aufgabe war, du hast acht Kinder und vier Äpfel. Du musstest sie untereinander aufteilen. Deine Antwort war, boah ey, wie blöd, ich mach Apfelmus. Tom, du kannst gar nichts. Doch, doch, fragen sie mich. Was ist eine Scholle? Ein ganz flacher Fisch. Und warum ist er so flach? Weil er Sex mit dem Wal hatte. Und warum hat der Frosch so große Augen? Ich weiß es nicht. Weil er zugeguckt hat. Du fliegst raus! Du fliegst raus!